Der Partikelfilter fängt die in den Abgasen befindlichen Partikel auf, die dann eine Rußschicht auf den Seitenwänden des Partikelfilters bilden. Nach einem Zyklus, einer bestimmten Fahrdistanz oder bei einem bestimmten Verstopfungsgrad, der je nach Marke unterschiedlich ist, erhöht der Partikelfilter seine Temperatur, um die angehäuften Rußpartikel und sonstige Ablagerungen zu verbrennen. Damit diese Regeneration stattfindet, braucht man sehr hohe Temperaturen, die bei kurzen Fahrtstrecken bzw. bei Stadtfahrten nicht erreicht werden. In diesem Fall sammelt sich der Ruß weiter an und der Filter verstopft. Das kann gefährlich und teuer werden. Leistungsverlust, Motorwarnleuchte geht an, Fahrzeug im Notbetrieb, Motor wirkt ab. Verwenden Sie die Bardal 5-in-1-Maschine zum Reinigen des Partikelfilters. Reinigungsdauer eine Stunde. Verwendete Produkte, ein DPF-Set, ein Set gleich ein Fahrzeug. Schützen Sie Ihre Hände und Augen während des Vorgangs und vermeiden Sie den Hautkontakt. Umweltfreundlich, die Rußpartikel werden vollständig aufgelöst und verbrannt und nicht in die Umwelt abgegeben. Wählen Sie das richtige Verbindungsstück. Mit dem Diagnosegerät die Fehler auslesen und sicherstellen, dass es kein anderes Problem als den verstopften DPF gibt. Überprüfen Sie den Motorölstand, den Kühlflüssigkeitsstand und achten Sie darauf, dass der Kraftstofftank mindestens zu einem Viertel gefüllt ist. Schließen Sie die Maschine an die Fahrzeugbatterie an. Drücken Sie die On-Off-Taste, bis die Maschine angeht. Machen Sie den Differenzdrucksensor im Motorraum ausfindig. Wenn er nicht zugänglich ist, die Maschine direkt an den DPF anschließen. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, Reinigungsprozess bei kaltem Motor starten. Mithilfe eines Trichters einen Liter des Reinigungsproduktes Nummer 1 in den richtigen Behälter auf der Rückseite der Maschine gießen. Es existieren zwei Reinigungs- und Einspülungsprogramm. Programm Nummer 1 heißt Normal und dient der Vorbeugung und Pflege, wenn der DPF nicht verschmutzt ist. Programm Nummer 2 heißt Stark und dient der kurativen Behandlung, wenn der DPF verschmutzt ist. Das dritte Programm ist die Spülung und muss nach dem Reinigungsvorgang durchgeführt werden. Bevor Sie starten, denken Sie daran, einen Auffangbehälter am Auspuffende zu positionieren, um den austretenden Schaum aufzufangen. Starten Sie den Motor und wählen Sie ein Reinigungsprogramm aus durch ein- oder zweimal drücken der schwarzen Taste. Der Reinigungsvorgang startet automatisch. Am Ende des Vorgangs ertönt ein Signal. Beschleunigen Sie jetzt die Motordrehzahl und halten Sie sie auf 2500 Umdrehungen pro Minute für drei bis vier Minuten. Wenn der Reinigungsvorgang beendet ist, gießen Sie zwei Liter des Produkts Nummer 2 mit Hilfe eines Trichters in den richtigen Behälter auf der Rückseite der Maschine. Drücken Sie dreimal die Programm-Taste zum Starten des Spülungsvorgangs. Halten Sie währenddessen die Motordrehzahl auf 2500 Umdrehungen pro Minute. Nach dem Spülungsvorgang lösen Sie das Verbindungsstück und lassen Sie den Motor drei bis vier Minuten im Leerlauf laufen, damit die Schläuche gut trocknen. Vergessen Sie nicht den letzten Schritt. Füllen Sie den DPF-Regenerator in den Kraftstofftank. Dieses Mittel hilft, die DPF-Regeneration auszulösen und entfernt zurückgebliebene Partikel. Lesen Sie erneut die Fehler mit einem Diagnosegerät aus. Wenn nötig, Fehler löschen. Machen Sie eine Testfahrt für 20 Minuten bei einer Motordrehzahl zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen pro Minute. Wenn die Regeneration nicht startet, forcieren Sie eine Regeneration mit dem Diagnosegerät unter Beachtung der Herstellerhinweise.